Anspruch auf Grundrente oder nicht? Rechtsanspruch auf Prüfung des Grundrentenzuschlags ab 2023. Ungewissheit tausender Rentner hört dann auf. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele tausende Rentner wollen wissen, ob sie Anspruch auf die Grundrente haben oder nicht. Rund 1,3 Millionen Rentner sollen, so das erklärte Ziel des Gesetzgebers, bis zum 31.12.2022 ihren Grundrentenbescheid erhalten. Ob diese Zahl bis Silvester 2022 erreicht werden wird, ist uns nicht klar. Klar ist aber, dass tausende Rentner bei der Rentenversicherung wegen einer Einzelfallprüfung abgeschmettert wurden. Bis zum 31.12.2022, leider auch zu Recht, wie der § 307g Sozialgesetzbuch Nr. 6 sagt. Bis dahin, also bis zum 31.12.2022, besteht kein Anspruch auf Prüfung des Zuschlags an Entgeltpunkten für langjährig Versicherte. Entgeltpunkte für langjährig Versicherte meint also hier im juristischen Sprachgebrauch oder im Gesetzessprachgebrauch den Grundrentenzuschlag. Denn die Träger der Rentenversicherung sollen vorrangig die Ansprüche älterer Berechtigter prüfen. So steht es auch im Gesetz geschrieben. Ab dem 01.01.2023 sieht die Sache aber völlig anders aus. Dann haben Sie, die noch keine Gewissheit über einen möglichen Grundrentenzuschlag haben, einen Rechtsanspruch auf Prüfung Ihres Zuschlags. Also ob Sie einen Grundrentenzuschlag haben oder nicht. So sagt es der § 307g SGB VI. Können Sie im Internet auch gerne nachlesen. Also ich bitte noch um ein wenig Geduld. Warten Sie den 31.12.2022 ab. Starten dann im neuen Jahr 2023 einen Anlauf und verlangen die Prüfung, ob Sie Anspruch auf den Grundrentenzuschlag haben, ob der Ihnen zusteht oder nicht. Einfach Ihre Rentenversicherung anschreiben, Ihre Rentenversicherungsnummer bitte nicht vergessen und hoffen, dass Ihnen die Rentenversicherung dann bald Auskunft gibt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Schönen Sie sagen. Untertitelung des ZDF, 2020